Sie haben Einzug in unseren Alltag gefunden und machen uns das Leben leichter, die Produkte von Google. Aber was die Produkte von Google alles bieten, ist vielen nicht bewusst. Deswegen beschäftigen wir uns in der Google Live Tutorial Serie ausführlich mit den Produkten von Google und nehmen sie im Detail auseinander. Also, wenn du mehr zu Google Fotos, Maps, Kalender, Kontakte, Drive und viel mehr wissen willst, starte jetzt kostenlos mit dem ersten Kapitel und abonnier den Kanal, um kein weiteres Kapitel zu verpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017